Elkline, John Wayne Diese Jeans für hohe Beanspruchung ist so robust wie nur selten was. Dank Cordua Kevlar Besatz an den Knien können Sie mit dieser soft gewaschenen Jeans durch so manches Unterholz robben. Weitere Details Zwei Einschübtaschen vorne Zwei große Gesäßtaschen Eine Werkzeugtasche am Bein Zwei große Gesäßtaschen Zwei große Gesäßtaschen Zwei große Gesäßtaschen